Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Rage Mode BÄM! Gleich den ersten gekillt BÄH! Was war das? Mit der Axt? Hier kommt man ja gar nicht weg BÄH! Super! Ich lande schon wieder hier in der Hälfte! Okay, endlich weg da von der scheiß Stelle Jetzt geht es hier weiter Da habe ich verschreckt losgelassen und noch getroffen, das finde ich gut Ich denke mal, das ist hier die Kappikanns Coyote Hier wird er schlafen Oh, da geht es runter! Ne, da möchte ich nicht hin Boah, wie schnell ist denn der? Das ist doch bestimmt ein Heck, dass man so schnell laufen kann, oder? Hä? Was war das? Der hatte nix in der Hand und ich bin tot Hier wird immer mehr gehackt glaube ich bei Minecraft Sowas macht mir natürlich keinen Spaß für den gehackten Obwohl ich habe ja auch schon mal gehackt bei Minecraft, äh bei WoW damals Und allerdings erwischt Da haben sie mich dann gesperrt Für drei Tage Hä? Was war denn das? Na egal Egal, egal Schon wieder Ich habe doch Was ist das? Ich war das Bis dahin Ich war das Ich war's Ich war's Was ist das Und danach Ich war's Ich war's Lass mich Ich war's Jo was ist denn das wo kommt denn der her ach ne das kann doch nicht wahr sein hier das sind bestimmt hundertprozentig Hacker wo W Hach lol mit seiner Axt ausgewichen und ihn dafür noch gekocht Nee das gibt es doch nicht Oh yeah Oh, ja! 11 Kids, 14 Tote. Okay. 2 Strikes. Explosion 1. Axt 2. Okay, ich bin dafür, dass die Runde vorher voll war mit 10 Leuten. Und 3 Stück geflogen worden sind, wegen der Hex. Ja, bin ich ganz gut. Ja, okay. Also Leute, hacken ist nicht gut. Wer hackt, wird gebannt. Und ja, könnte man sein Account vielleicht verlieren. Okay Leute, die Geld haben, denen ist es sowieso scheißegal. Die denken sich, ja gut, wenn ich gank werde und gebannt werde, kommt wieder das Spiel neu. Ich melde mich wieder neu an, über einen anderen Namen. Und hack weiter. Weil das denen irgendwie ein bisschen mehr Spaß macht. Weil sie sehen, wie die andere Leute immer verlieren. Wie gesagt, ich habe auch schon mal gehackt. Damals bei WoW. Und das fand ich auch eigentlich ganz gut. Das war so ein Reiz. Man macht halt was, was verboten ist. Und ja. Ist zwar nicht gut. Für die anderen Leute. Für einen selber ist es ein kleiner Kick, sage ich mal. Aber im Endeffekt hat man davon selber nichts. Man hat von dem ganzen Spielspaß nichts. Und wenn man erwischt wird, dann haben wir auch das Spiel vielleicht nicht mehr. Deswegen sage ich mal hier zu hacken. Keine gute Sachen. Halt nur, wenn jemand diesen Kick braucht. Den soll das machen. Aber da hat er sich aber schuld, wenn er erwischt wird. Na gut. Okay. Ich bedanke mich recht herzlich. Dass ihr zugeschaut habt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Bye Bye.